Ich leg mal die Hälfte rein. Hier, mit dem Rucksack. Da drin. Das ist ein Bild, oder? Ich geh mal weiter. Und wir haben Dias gefunden. 21 Dias. Mal schauen, was wir finden. Wir gehen hier nicht um Norden. Weil bei diesem Marker, der hier bei der Minimap der Rote, der ganz nah im Norden ist, dort haben wir uns einen Platz ausgesucht, wo wir dann wohnen werden. Da gibt es auch ein Dorf mit einem Hochofen. Zum Haus, das wir bald bauen. Habe aufgenommen. Muss ich noch sagen? Er weiß es noch nicht. Nur hin... dann Sachen nehmen... Ja, kannst du das nicht. Das machen wir so. Hier sind noch Meteoriten. Sonst ist eigentlich hier nichts mehr. Ah, doch. Aluminium nehmen wir mit. Das ist Aluminium. Ja. Hier ist was. Hier ist nichts. Aber hier. 2 Dias. Hier ist nichts. Da ist noch irgendwas. Noch was hier. Irgendwo hier oben. Irgendwo hier oben. Was nochmal? Bitte? Wahrscheinlich auch wieder vom Stronghold. Weil wir haben das Stronghold gefunden. Vorher war leider nichts drin. Ja, ist vom Stronghold. Warte. Kann ich Zeit nehmen. Das ist jetzt, diese Teil ist jetzt von. Genie Sachen nehmen wir mit. Aber sieht irgendwie nach Stronghold aus. Ist es auch, oder? Das ist doch Stronghold. Ich habe keine Farkeln mehr. Aber wir können ganz easy noch machen. So. Da ist noch dieses komische Essenz. Aber das brauchen wir nicht. Da muss noch mehr sein. Irgendwo. Mal hier hoch. Gold brauchen wir nicht. Die nehmen wir mal mit. Die Bellys. Können wir eine schöne Farm machen. Hier ist noch ein bisschen Kupfer. Da sind noch andere Bellys. Sonst ist nichts hier. Noch mehr. Wo ist der? Man sieht ihn nicht. Das ist auch wieder so ein Kristall. Von einem Zauber. Und Perle. So. Der ist auch voll. Wieso? Leg ich ihn ab? Da ist noch frei. Hier runter ist sicher auch noch etwas. Ne. Nicht mal. Hm. Ja. Das war es wahrscheinlich. Mehr gibt es hier nicht mehr. Wir gehen jetzt einfach Richtung Norden weiter. Das Enderportal haben wir nicht gefunden. Auch im vorigen Abschnitt nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist es hier. Aber das ist ja da am Anfang. Jetzt sind wir wieder beim Anfang. Komisch, komisch. Also wir gehen hier runter. Wieder auf 12 runter. Graben mal weiter. Und noch hier. Noch ein bisschen mehr Trittenstein. Dann gehen wir hier. Ich habe eine Idee. Wenn wir dort sind, mache ich ein Bett. Und dann kann ich glaube ich mit Slash Home dort immer wieder hin. Und das andere Ort ist ja nähe vom Spawn. Und dann kann ich dort hingehen. Und dann geht es weiter. Hm. Dort ist eine Hänsel. Einsel mit zwei Wagen, eine Einsel mit zwei Wagen. Pi ist so pervers, diese Insel mit zwei Bergen ist so pervers. Tralala. Ja, bau du mal das Zeug, so hab ich geimpft mal gerade erst. Wir sind bald dort. Nur noch 200 Kilometer. Nein, nein. Wir können mal schauen. Ja, ist noch ein Stück. Oje, ist noch weit. Schade. Ja, so schaffen wir das natürlich nicht. Dann werden wir uns noch grau buddeln. Dann werde ich nochmals fliegen. Ich habe extra hier den Stab, mit dem man fliegen kann. Und damit werde ich einfach mal dorthin fliegen. Gehen wir nach Hause und fliegen dorthin. Da geht es gar nicht mehr. Das auch nicht. Ja genau, mach du das immer. Ich baue mal hier zu. Gehe nach oben. Durchs Meer dann fliegen. Ich habe extra einen vollen Stab. Ah, du bist zu blöd. Danke. Okay. So was von blöd, diese... Ich soll mal seine eigenen Sachen machen. Einen Stollen. Ja. Schauen wir uns den Stollen mal richtig an. Da ist auch nichts. Oh, dieser blöde... Ähm, Schädel. Da ist auch nichts. Nur Schrott. Keine Truer, nix. Keine Truer, nix. Da ist auch nix.